Ich bin sehr glücklich, dass ich innen kann und das Team helfen. Ich denke, dass alle Spieler innen helfen. Das ist auch mein Job. Wenn sie scoren, dann ist es ein leichter Job. Wenn sie nicht scoren, dann ist es etwas weniger schwer. Aber es ist Volleyball und es ist eine lange Saison. Ich denke, dass alle Teams in Plusliga machen können, wie wir in Gdansk sehen, wie Katowice spielen. Ich denke, dass ich sehr glücklich bin, dass es 3 Punkte hier in Gdansk ist. Ich denke, dass es wichtig für uns ist. Jetzt sind wir bereit, um ein bisschen resten und zurück zu arbeiten. Es ist ein Element der Volleyball, der nur auf den Spieler. Ich arbeite sehr auf das. Es ist gut, dass es gute Ergebnisse nach dem Job ist. Natürlich ist es leicht. Nicht nur Urus, wie Konar. All die Spieler hier in Zavierche sind sehr guter und sehr experienced. Und natürlich für ein Setter ist es ein bisschen leichter zu spielen. Es ist auch ein Team, der für jeden Spiel gewinnt. Wir kämpfen gegen alle anderen. Das ist der Traum von jedem Spieler. Ich denke, dass wir in einer sehr guten Liga sind und kämpfen für etwas wichtiges. Wir brauchen zu erkennen, wenn die anderen Team spielen gut Volleyball. Wir haben die meisten der Setter, ich denke. Mit 2-3 Punkte. Und dann haben sie ein paar gute Spiels gemacht. Eine gute Defensive, ein guter Block. Und das ist Volleyball. Das ist Volleyball. Auch in diesem Set, wir gewinnen von 4 und dann kommen wir von Punkt bei Punkt. Das ist Volleyball. Alle Spieler können sehr stark sein. Es ist ein einfaches Job für Block. Und für die Defensive. Wir brauchen viel patience. Und wir haben die schwierigen Recepter und die schwierigen Setter. Wir brauchen keine schnellen Punkte zu dem anderen Team. Und ich denke, dass wir vielleicht etwas besser gemacht haben. In den anderen drei Setten.